Es gibt mindestens einen guten Grund, den Product Lounge anzuschauen. Es gibt etwas Spektakuläres zu gewinnen. Also bleiben Sie dran. Küchen von einem funktionalen Ort zu echtem Lebensraum zu verwandeln, mit innovativen Produkten das Kochen zu vereinfachen und eine gesunde Lebensweise zu ermöglichen, das war schon immer unser Anliegen. Servus, ich bin Willi Bruckbauer, ich bin Schreinermeister, ich komme aus Rosenheim in der Mitte von Oberbayern, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Boda. Ich habe seit über 20 Jahren ein Küchenstudio in Raubling bei Rosenheim und ich habe festgestellt, die Kunden wollten einfach schönere Küchen haben. Ich bin mir hergegangen und überlegt, was kann man denn an der Küche noch schöner machen? Und ich habe festgestellt, die Dunstabzugshaube, die man bis dahin gekannt hat, ist einfach ein Fremdkörper in der Küche. Und ich habe begonnen, die ersten Prototypen zu bauen, wie kann man den Dunst nach unten absagen? Und ich habe festgestellt, wenn man das richtig macht, nämlich nach dem Boda-Prinzip, wie wir das tun, dann haben wir die Absaugung eben einfacher, effektiver und leiser. Und das war für mich auch gleichzeitig der Startschuss, 2007 die Boda-Lüftungstechnik zu gründen. Die Idee und das Ziel von Boda ist, möglichst vielen Menschen auf der Welt die tollen Vorteile von Boda näher zu bringen. Und als ich so mitten in der Entwicklung gesteckt bin, in den ersten Prototypen habe ich festgestellt, es geht ja wirklich so einfach, wie sie Gedanken damals waren. Und wenn ich die Kunden heute her von der Umsetzung sage, dann stelle ich fest, manche schätzen die Einfachheit der Reinigung. Ich habe nichts mehr, was ich über den Kopf reinigen muss. Manche sagen, ich verliere keinen Platz unten, weil das Boda-System ist ja nur sehr, sehr schmal in meinem Bau. Und manche Leute sagen, es ist schön, wenn der Pulli nicht mehr riecht, wenn die Brille nicht beschlägt oder wenn die Haare nicht mehr nach Dunst riechen. Die Revolution des Lebensraums Küche beginnt für Bora im Herzen jeder Küche. Revolutionäre Kochfeldabzugssysteme, die leise sind, die Sicht nicht versperren, Kochgerüche hocheffektiv filtern und leicht zu reinigen sind, ermöglichen ein neues Kochverhalten und eine eindrucksvolle, individuelle Küchenarchitektur. Der Bora-Expo, der Profi-Dampfbackofen für zu Hause mit einzigartiger Geruchsfilterung. Dank der innovativen Dampf- und Heißlufttechnologie, gepaart mit einem intuitiven Bedienkonzept und ausgestattet mit zahlreichen voreingestellten Automatik- und Spezialprogrammen, sind perfekte und gleichmäßige Garergebnisse auf allen drei Ebenen für die tägliche Zubereitung von Speisen kein Problem mehr. Unserem Anspruch folgend, setzen wir alles daran, offen und neugierig unkonventionelle Ideen zu denken, um sie kontinuierlich neu zu begeistern. Jetzt erweitern wir das Erlebnis über das Kochen hinaus. Mit dem neuen Bora-Ampure bringen wir unser bisher flexibelstes Kochfeldabzugssystem auf den Markt. Die Bedieneinheit besticht durch weiße LEDs, die für ein klares und modernes Erscheinungsbild sorgen. Auf der rechten Seite finden ganz einfach Grillpfannen oder auch große Bräter Platz, während auf der linken Seite Espressokannen oder kleinere Töpfe positioniert werden können. Natürlich ist das Bora-Ampure auch weiterhin mit allen beliebten Funktionen ausgestattet, die für jeden Kochvorgang die passende Funktion parat halten. Lebensmittel länger haltbar machen, Abfälle reduzieren, Verschwendung minimieren und gleichzeitig Geschmack maximieren. Das liegt uns am Herzen. Unsere nächste Produktneuheit unterstützt unsere Kundinnen und Kunden in all diesen Punkten. Mit dem Bora-QVAC Einbauvakuumierer sorgen Sie dafür, dass Ihre Lebensmittel bis zu dreimal länger haltbar bleiben. Von Obst, Gemüse, Fleisch und Fisch, über Soßen, Suppen und Eindöpfe, roh oder gekocht, so reduzieren Sie auf einfache Art und Weise Lebensmittelabfälle. Durch das Vakuumieren verlieren Nahrungsmittel weder an Geschmack noch an ihrem knackfrischen Aussehen. Im Gegenteil, sie erhalten sogar noch intensiveren Geschmack und wertvolle Vitamine bleiben erhalten. Eisgekühlt und frisch gedacht servieren wir Ihnen nun das Highlight unserer diesjährigen Produktneuheiten. Wir schaffen ein ganzheitliches Küchenkonzept aus einer Hand von Bora. Von der Feuerstelle über Wasser und Dampf bis hin zu Kälte und Eis. Heuer werden wir vier neue Kühlschränke zeigen und einen Gefrierschrank, die eben sehr schön von der Innenausstattung sind und auch sehr funktional sind. Durch die Bora-Kühl- und Gefriersysteme lagern Sie jetzt Lebensmittel effektiv gekühlt und ordentlich sortiert direkt bei Ihnen zu Hause. Zur Auswahl stehen verschiedene Geräte. Zu einem gibt es den Bora-Cool, einen Kühlschrank, einen Kühlschrank mit vier Sterne Gefrierfach, eine Kühl-Gefrierkombination und eine Kühl-Gefrierkombination mit Wasseranschluss und Ice Maker. Zudem komplementiert der Bora-Freeze den Bora-Kühlschrank zu einer Seit-bei-Salt-Lösung. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Untertitelung im Auftrag des ZDF, Wir haben ganz zum Schluss noch ein kleines Schmankerl für heuer. Schmankerl. Bayerisches, tirolerisches Wort für etwas Besonderes und oder einen außergewöhnlichen Leckerbissen wird vorzugsweise im Lebensraum Küche genossen. Denn wenn die Haube oben jetzt eliminiert ist und ich denke, das können wir uns auf die Brust schreiben, das haben wir geschafft, dann ist ja Platz für die perfekte Beleuchtung. Denn irgendwo muss ich die Speisenlebensmittel ja beleuchten, was ich so zubereiten möchte. Und wir haben zwei verschiedene Lichtsysteme entwickelt, die wir maximal, minimal gestaltet haben, aber trotzdem mit der perfekten Lichtfarbe und zwar mit der perfekten Lichtstärke. Und da sind wir sehr stolz, dass wir es heuer auch noch präsentieren dürfen. Der Wohlfühlfaktor im Lebensraum wird maßgeblich von der optimalen Beleuchtung beeinflusst. Zum Essen mit Freunden und Familie benötigen wir warmes und eher gedimmtes Licht. Zum Zubereiten der Speisen eher helles Licht, ähnlich dem Tageslicht. Die Beleuchtung sollte funktional und emotional zugleich sein. Die Pendelleuchte Bora Horizon und Bora Stars schaffen über dem Kochfeld, der Arbeitsplatte oder dem Esstisch eine optimale Ausleuchtung. Von meiner Seite vielen Dank für Ihr Vertrauen. Viel Spaß mit den Bora-Geräten. Ich kann euch nur von meiner Seite versichern, wir werden alles tun, um das Küchenleben funktionaler, einfacher und schöner auch für die Zukunft zu machen. Obacht, Willi, es kommt ja noch das Gewinnspiel. Freiheit, die uns aufatmen lässt und Küchen, die von Leben erfüllt sind. Dafür steht Bora. Mit innovativen Produkten vereinfachen wir das Kochen und ermöglichen eine gesündere Lebensweise. So schaffen wir Lieblingsorte für gemeinsame Erinnerungen. Unser Anspruch? Ganzheitlich zu unterstützen, einfach besser zu kochen. Revolutionäre und intuitive Technologien für ein gesünderes und schöneres Zuhause. Ein Zuhause, das alles und alle vereint. Und darüber gesünderes